so und willkommen zu der link to the path ach so schau ich hier brauche ich nicht wir haben letztes mal den wüstenverlass gemacht sind jetzt endlich im schild grünen felsen angekommen und ja und jetzt wollen wir natürlich prinzessin zelda befreien komm mal her lass ich mal umhauen danke und das machen wir uns natürlich auch das ist der befreien wenn es geht über noch in dem part das wäre super hätten wir dann in einem part geschafft in der schattenwelt glaube ich ne oh man mein lieblingsraum ich hasse diesen raum und diesen raum bin ich immer damals verzweifelt ja und ich habe schon scheiße angefangen kann ich kriegen das war dumm das war dumm das wird eng es wird sehr eng komm 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 ja geh weg geh weg geh doch ja 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 die karte interessiert mich eigentlich gar nicht der schlüssel interessiert mich schon eher hihihi ihr kriegt mich nicht naja ich dachte das wird wehtun aber natürlich schaffen wir das ohne probleme also wie mich persönlich und die schlimmste stelle des spiels weg scheiße wir hätten ja schon eng für neue waffe haben können naja beeilt euch mal macht schneller wir haben keine zeit kann man die teile sich nicht ein bisschen beschleunigen kommt zz morgen mal weihnachten lalalala warte macht spaß warte macht spaß warten 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 macht spaß nicht hehehe ihr trefft mich nicht ihr seid voll die dumm platten für eine fee durch rennen toll für eine fee der ganze kram ich bin beleidigt haha verfehlt oh biene können wir dann demnächst auf die bomben weiter hoch machen das tut weh ah ja das hat sehr weh haha warum sind kettenhunde hier die gehört doch zu super mario das habe ich mich immer gefragt warum die kettenhunde okay das spiel ist ja auch mal machen von super mario kann sein ich bin dumm lasst mich nein ich bin nicht dumm aber ihr wisst ich hoffe wir schaffen den dungeon auch noch in dem part das wäre richtig genial ich glaube das war der falsche weg ich gehe erstmal hier den rein und ich bin tot ja wiii 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 die muligkeit überlegen aber mir hatte nur welche falsch laufen ja dann war doch der andere raum doch der richtige scheiße dann auch weg ich habe mich vertan muss doch hier um rein ich könnte mir fehlen machen aber ernsthaft bleib stehen hinter den fischer verstecken kann man ja gern nee 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 nein hilfe mama mia jetzt haben wir den richtigen weg gefunden hihihi sehr schön sehr schön da freue ich mich aber stimmt da war magie okay ich weiß auch wieder wie ich lang muss hihihi auf geht's ich glaube ich werde ich noch ungefähr weiß wie ich lang muss wollen mich unten lang gelaufen also gehen wir jetzt um der mutierungssinn der ist echt der lässt einen zum wünschen übrig wie der das viel mir doch in den rücken schießen will weil das ist der richtige weg ja auf jeden fall den gegenstand ne falscher gegenstand wunderbar du hast ein spiegelstück damit lassen sich geschotter abwehren gehen die da ein alter schild macht das war ja wenn man glaube ich hier den spiegel das spiegel einsetzt kann man hier mal eben kurz hallo machen augen auf kann ich euch jetzt natürlich kann ich euch nicht hier durchtreffen mach mal euklein auf mach augen auf ich will dich tot machen danke und voila haben wir hier eine truhe mit ein herzteil drin damit fehlt uns nur eins dann hätten wir alle herzteile gefunden wenn jetzt eine herzcontainer klima ja hier von daher wäre mal alle herzteile wunderbar das letzte herzteil kriegen wir auch bald so ich glaube das schlimm das größte haben wir durch vom tempel hinter uns so bleib stehen ich muss nur noch wissen welcher der richtige weg war ich bin hier Einmal bitte Ich sagte einmal bitte So dahin stellen Das muss reichen Und dann Einmal schnell warten Und so Ha Ausgetrickst Ich bin gut Ich bin schlecht Ich bin dumm Oh nein Diese Stelle Ich erinnere mich Ich habe vergessen Das ist die schlimmste Stelle Wow Also den Weg hierhin Habe ich schon mal sehr schnell gefunden Ich gehe genau mit Hätte ich also Aua So Mit den Türchen nicht auch auf sein Da 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 Nein 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 Geht doch Wow So schnell habe ich den Weg noch nie gefunden Muss ich dabei sagen So war es erst mal Dass ich so schnell den Weg gefunden habe Respekt Wo ich damals hier machen musste Habe ich eigentlich auch ehrlich gesagt keine Ahnung Ey Diese Scheiß Diese Scheiß Schildkröte Die hat mich runtergeschlissen Diese Schuld Ich hoffe Das fiegt Wow So kann man es auch machen Nein Nein So Ey Wollt ihr mich hier verarschen oder so Ernsthaft Geht kaputt Gucken was hier draußen ist Wow So Und raus hier Tackle Oh nö Komm her So Ein bisschen vorsichtig Weil sonst fall ich runter Oh fehl Komm her Ich will geil werden Rubine nehme ich noch mit Hatte ich das Teil nicht eindeutig getroffen gehabt Multikill Brauche ich jetzt dafür einen Schlüssel Nö Nö Aber ich will erstmal ein paar Feen haben Glaube ich Hm Ich hätte gerne ein paar Feen So Komm nicht ich da vorne das viel noch Ja Ernsthaft Wollt ihr mich das viel trollen Hallo Ey So Geht doch Ich wollte schon sagen Das viel verarscht mich doch oder Nee 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 Das gibt ja echt nicht Ich wollte noch nie von so einem Fiel so verarscht wie jetzt gerade Und wir sind beim Boss Wow Wow Das ging flott Ja Ich grüße schon mal Ein Gegenstand aus Hallo Na Oh 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 Weil die Sind Na ja Ey Komm her So Round One Und Oh Das war schon Schön wär's Und das war's Und natürlich auch mal auch den Schögerentfeld in einen Part Sehr schön Und wir haben Professor Zelda gerettet Shaka Wir sehen wir Zelda So weit bist du gereist Nur um mich zu retten Ich wusste du bist der legendäre Held Ich wusste es Seit Wir uns zum ersten Mal Begegnet sind Schön Remember Garn hat In seinen Turm Darauf Garn hat In seinen Turm Ich glaube Dass die Welt Verbindet Thor zu durchstreiten Hä So weit Garn an die Lichtwelt betritt Er tritt Kann ihm keine Macht der Welt mehr aufhalten Doch ich Doch wenn wir Ihn Wenn wir Wenn er In dieser Welt gefangen ist Kannst du ihn Zusätzlich auch spüren Ich Bring nun die Siebenkristalle zu Garnungsturm. Mit vereinten Kräften können wir das Siegel brechen. Lass uns dem Land und den Menschen in Frieden zurückbringen. Hast du alles bestanden? Jo. Möge der Weg des Helden zum Trifos führen. Aber wir werden gleich erstmal ein kleines Waffenupdate machen. Bevor wir ins Garnungsturm gehen. Und jetzt holen wir uns erstmal das letzte Herzteil. Ey. Oh. So. Mal gucken, wie ich beide schieben kann. So. Mh. Mach kabum. Nett hier. Ah, ja. Oh, Feen. Nehmen wir noch mit. Und ich glaube, das war's schon. Sind wir jetzt draußen? Ja. Na, gucken wir einmal ins Spiegel. Gucken, wie schön wir sind. Und. Dann halt so. Du hast ein Herzer gefunden. Der Herzer ist zu eins gestiegen. Und damit hätten wir alle Herzen. Und ich würde sagen. Das nächste Mal starten wir genau hier. Bei Links Haus. Also hier so. Passt so gut. Also ich würde sagen. Das war The Legend of Zelda. A Link to the Path. Das nächste Mal geht es dann. Waffenupgrade kleines. Und dann anschließend zu Garnungs Turm. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.